Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, der inzwischen, ich glaube, 138. Folge oder sowas. Ja, es wird allmählich wieder dunkel. Wir haben in der letzten Folge gehofft und gesehen, dass wir hier eine kleine Sache machen möchten. Hier so ein kleines Bauernhäuschen bauen wollen. Das werden wir natürlich in diesen Folgen jetzt in die Tat umsetzen, in den nächsten Folgen. Und ich hoffe, dir geht das gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfzehn. Machen wir zwanzig. Ne, fünfzehn reicht. Reicht fünfzehn? Ja. Wir gehen noch ein bisschen in die Breite. Eins, zwei, Quatsch. Alter, geht doch mal aus dem Weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alter, die Töne sind, glaube ich, ein bisschen zu laut, ne? Moment. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und nach Hause gehen. Ich fühle mich so ein bisschen in Stress. Oder wie geht's dir? Ne, wie geht's dir jetzt? Äh, ich fühle mich so ein bisschen im Stress, weil ich muss Aufnahmen machen. Dringend. Nicht nur, weil nächste Woche gehen mir nämlich die Folgen aus. Ich habe noch ein paar im Pedo, aber das wird alles nicht reichen. Das Together Let's Play und Darkstar One, das reicht ja schon mittlerweile. Und während diese Folge läuft, ist es, glaube ich, jetzt Mittwoch oder sowas. Ich kann gleich mal nachgucken. Ich meine, das müsste Mittwoch sein. Mittwoch, der... 10.10. Ein Tag vor meinem Geburtstag, wenn ich mich nicht irre. Da müsste diese Folge rauskommen. Und, Alter, ich hoffe, ich kriege das hin und... Überprüfe die auch noch hinterher. Wenn da irgendwas schiefläuft, ey, ich kann die nicht nochmal neu wuchsen. Ich bin in der Woche, bin ich nämlich nicht hier. In der Woche danach, meine ich. Also, am 15. Da bin ich nicht mehr hier. Da bin ich in Urlaub. Da bin ich auch woanders wieder. Hoffe ich zumindest. Weil heute war das nicht gerade so schön. Da bin ich... Äh... Da war ich so ein bisschen im Clinch. Alter, die sind schön groß geworden, die Bäume. Also, verzeiht mir, dass ich jetzt nicht so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen in, äh... In schlechter Stimmung. Eigentlich nicht, äh, aufnahmebereit. Aber Minecraft muss ja aufgenommen werden. Sonst schaffe ich das nicht mehr. Ich habe ja gesagt, jeden Tag folgen... Von Minecraft. Das habe ich mir vorgenommen. Und es soll ja auch so sein. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei... Nein. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, neunzehn, zwanzig. Ne, machen wir fünfzehn. Ne, diese Planung, das ist ja heftig. Wir können ja hinterher erst mal das Fundament machen. Hinterher können wir es immer noch einreißen. So, zehn... Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Das wäre dann so... Das wäre, glaube ich, ein Anraum. Ich würde erst mal das Fundament machen. Räume können wir... Alter, sind das viele Schafe. So heftig. Ja, schön mit dem Rauch. Das passt gut. So. Ich habe da hinten ja auch irgendwie verfehlt, ne? Ich glaube, ich habe hier noch gar keine... Ne, ich habe noch keine Masse genommen, okay. Das ist genau auf dieser Linie hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist das richtig? Jo. Das muss sowieso alles abgeerntet werden hier. Alles raus. Ich kann ja hinterher immer noch Knochen hinten setzen. Das macht man übrigens auch in echten Bauarbeiten, soweit ich weiß. Man macht die, erstmal steckt man das ab, ich glaube mit Metallspieße und mit Bändern. Also mit so Seilen. Und dann kann man, und dann wird das Fundament irgendwann gemacht. Das ist dann einfach nur eine Betonplatte. Alter Scheiße. Ich müsste hier Erde setzen, sonst falle ich runter. Genau genommen, ich glaube, ich müsste den halben See fast überdecken. Ja, das müsste sogar bis hier noch gehen. Dann mache ich das bis da. Ja, geh mal runter in die Höhle. Dann müsste das... Das geht dann bis hier. Ich muss diese Erde sowieso... Diese Erde muss sowieso weg. Das wird auch gleich gemacht jetzt. Gleich im Anschluss. Ich gehe nur mal eben schnell die Sachen wegräumen. Äh, Scheiße, wann nehme ich denn auf? Moment. 19 nach. Sagen wir mal 20 nach, dann sind es... Machen wir dann nicht 35, sondern 40. Also 20er. 20 Minuten. Ihr merkt ja, dass ich ein bisschen stille werde jetzt. Das ist auch ganz normal. Ich bin nicht in Aufnahmestimmung hier. Ich muss aufnehmen. Verzeih mir einfach, dass ich still bin. Und genieß einfach, was ich hier mache. Hm. Steinziegel. Ach ja, Steinziegel wollte ich ja haben. Okay, das Fundament wird erstmal aus... Provisors aus... Hä? Aus Stein. Was mache ich denn da oben? Ich wollte doch nicht schlafen. Okay, ich habe nichts. Auf jeden Fall werde ich Steine abbauen müssen. Aber dazu schalte ich dann die Monster aus, weil die werden dann einfach nur nervig. Ja, auch wenn das spannend ist. Mit... Alte Scheiße. Mit, äh... Heftig. Boah, wenn die groß. So, ähm... Holz werde ich natürlich hinterher auch brauchen. Deswegen warte ich noch, bis die entwachsen sind hier alle. Erst dann Holz ist hier ab. Ähm, Eisen brauche ich. Ich baue eine Eisenschaufel. Gleich zwei. Aber die hat nicht mehr allzu viel auf der Uhr. Deswegen... So, Holz kann gleich mal hier rein. Wo? Da. Das brauche ich im Moment nicht. Auch die Zäune nicht. Rein damit. So, die Axt. Im Prinzip habe ich hier irgendwo Werkzeuge drin. Den Bogen und die Pfeile brauche ich nämlich auch noch nicht. Hey, hier ist eine Stein... Stein in der Feldhacke. Ich muss eigentlich rüber. Hier ist mal wegen einer Feldhacke hier rüber zu laufen. Das ist ja eklig. So, das kommt alles hier rüber. Wo ist denn... Ach, da oben ist der Bogen. Ihhh... Wenn wir schon mal dabei sind... Kann ich mir auch gleich... Noch eine Eisenspitzhacke machen. Dann habe ich auf jeden Fall genug. So... Das da rein. Und das darüber. Monster schalte ich jetzt schon mal aus. So... Stein... Erde. Erde werden wir gleich eine Menge kriegen. Ich mache mir mal ein paar Fackeln. Wenn ich einfach welche habe. So, und das wäre es dann auch schon. Dann kommen die Sätzchen immer hier rein wieder. Und dann machen wir mal uns ins Graben. Ich hoffe, die werden nicht zu groß, die Bäume. Ja, wisst ihr was? Ansonsten mache ich das jetzt mal eben. Für der grüne Dinger. Ups. Nur zur sporadischen... Nur für euch jetzt. Ich nehme am 6.10. jetzt auf, gerade. Um 23.30 Uhr. Also es ist bald der siebte. Es ist Sonntag. Das heißt, nächste Woche dürfte diese Folge online gehen schon. Da könnt ihr sehen, wie eng das wird. Das wird echt knapp. Wenn diese hier schon Mittwoch rauskommen soll. Das kann ich mal eben nachgucken. Da brauche ich nur eben ein anderes Fenster. Ich habe recht. Am Donnerstag kommt ihr raus. Zusammen mit 138. Das heißt, der nächste Part, den ich aufnehme, wird... Der kommt auch noch raus. Am denselben Tag. Das ist mein Geburtstag. Heute ist mein Geburtstag. Wünsche mir Gratulation. Ist heute mein Geburtstag? Warte mal. 36. Heute ist mein Geburtstag. Schalalalala. Ich werde heute 23 Jahre alt. Heute bin ich 23. Und keiner ist interessiert. Ich habe Geburtstag. Ich habe Geburtstag. Cool. Schön, dass ich das jetzt vor... Während der Aufnahme sage. 137 Folgen Minecraft. Wann habe ich angefangen zu let's playen? Stellt mir die Frage doch nicht. Ich habe angefangen, um... Mit dem... Ich glaube mit 20 habe ich sogar angefangen aufzunehmen. 20 oder 21. So um den Dreh. Ist aber jedenfalls ein Stück Arbeit hier, um das alles zu machen. So, es wird dunkel. Das soll mich aber nicht interessieren. Ich werde das jetzt einfach weitermachen hier. Hmm. Wir müssen ja hier fertig werden. Gut, das müsste auch von der Breite her in Ordnung sein. Ich gehe mal erstmal hier entlang. So, dann muss ich hier unten noch eine... Erde setzen. Dann gehe ich mal in diese Richtung. Hoffentlich, dass ich da nicht runter fliege. Und wirklich das schnell mit dem... Mit der Eisenstaufel. Alter, heute Geburtstag. Hätte ich nicht gedacht. Das heißt, wenn ich die nächste Aufnahme mache, müsste ich eigentlich auch sagen... Hallo, heute... Ich habe immer noch Geburtstag. Ich danke dir für die Gratulation. Jetzt ernsthaft. Oh, wo war denn die Fackel? Du wolltest mir gerade ein... Du wolltest einen Kommentar schreiben. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe es genau gespürt. Ja, tu nicht so, als hättest du es nicht getan. Äh, nicht gewusst. Äh, hier... Nicht versucht. Tu mal nicht so, als hättest du es nicht gewusst. Du wusstest ganz genau, dass ich Geburtstag habe. Ach ja. Ich müsste gleich mal was essen. Ich habe ein bisschen Hunger. Meine Stimme ist total weg, ey. Ich kann gar nicht mehr reden. Ich werde einfach mal irgendwas sagen und dann wird es schon richtig sein. So. Wie man sieht. So, wie man sieht. Ich habe jetzt erstmal die Erde abgeflacht. Jetzt wird auf jeden Fall mal das Fundament ausgehoben. Ne, also ich würde sagen... Traditionär Holzboden. Am besten Tundra... Äh, hier... Das Holz dann. Oder soll ich Tundraholz nehmen? Warte mal. Irgendwas habe ich doch da hin. Alter. Das sind ja verdammt viele Setzlinge. Jo. Das sind ja... Das sind ja... Das ist ja... Das ist ja... Die ist... Ich weiß, dass wir nicht mehr... Aber es ist, dass wir nicht mehr da sein. Das ist ja... Und ich kann auch... Kann man da drauf? Kann man drauf? Genau... Ja, genau in der Mitte. Geil. Das war mal Erde. Setz mal alle 3 rein. Ich werde sowieso gleich noch ein paar mehr kriegen. Gehen wir wieder rein. So. Also gehört Enderman. Ich gehe heute zu Lidl. So. Was wollte ich denn hier? Irgendwas wollte ich. Ich habe es vergessen. Achso, ich wollte gucken, was für ein Holz hier ist. Gut. Das ist Tundra-Holz. Ich finde, das sieht einfach besser aus. Ich gehe in die Tundra und fälle mal ein paar Bäume. Oder ich nehme die hier vorne. Die zwei. Ne, die stehen da schon so ewig. Ich gehe gleich in die Tundra und volle mir mal ein paar Bäume. Beziehungsweise, ich setze mir welche an. Ich muss ja sowieso erstmal gucken, ob das passt. In der Zwischenzeit können hier vorne dann mal die Bäume wachsen. Deswegen habe ich da auch noch keine neue Setzlinge gepflanzt. Damit die denn nicht wachsen. So. Fichten sind es jetzt. Fint ist jetzt. Lalalalala. Lammkotelette. 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 ist das hier, weil dort würden sowieso diese Holzblöcke sein. Deswegen mache ich das mal eben. Aber so von der Größe her müsste das gehen. Wenn wir da hinten vielleicht sogar noch ein Stück wegschneiden, dann haben wir hier einen kleinen Raum, also hier das raus, dann ist hier so eine Tür und hier wird dann Schlafgemacht oder sowas ähnliches. Und ich mache das doppelstöckig. Ich glaube doppelstöckig würde es sich anbieten, denke ich. Und dann hier so mit einer offenen, Alter, sieht das geil aus dann. Und dann hier so mit offen. So, mal gucken, welches Samt mir am besten gefällt. Ja, wie gesagt, heute habe ich Geburtstag, das ist toll. Daumen hoch. Qualität wird dann auch besser. Natürlich, sie ist doch schon perfekt. Aber wo gehe ich jetzt nun Steine sammeln? Das ist eine gute Frage. Wo gehe ich Steine sammeln? Am besten schreibt ihr jetzt einen Kommentar. Wünscht mir alles Gute zum Geburtstag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, um Steine zu kloppen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Folge 137 ist jetzt zu Ende. Pam, pam, weiter geht's mit 138.